Das Leben ist das, was stattfindet, während du dir Pläne machst. So finde deinen Seelenweg ins Licht, indem du deine lichtvolle Seele ganz fest vor Augen hältst, doch den Weg dorthin flexibel, spontan und kreativ gestaltest. So habe ich meinen Seelenweg ins Licht gefunden. Und dann auch noch bewisern. So machen wir die Wege im Land. So machen wir es für autrefhn. So machen wir es für heute. So machen wir es für heute. Untertitelung des ZDF, 2020